Junkfoodtaster.com und jetzt gibt es Milka Traubenluss Standard Geschmackssorte Choclet au lait de Alp avec Rasin C'est Nusette Ok Ich sag mal lieber nicht, dass ich 4 Jahre französisch in der Schule hatte Ok Rosinen 19% Enthält Haselnüsse Ok Kohlenhydrate Ordentlich Zuckerbombe Noch Fett Fett ist auch nicht schlecht Ok Kraftfood 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 Gibt es denn keine Firma die Junkfood heißt? Kraftjunkfood Ok Milka mit der Lila Co Ok So Geh auf Ok Milka So Schneiden Aber bis kurz darf Brechen auch mal So eine Mischung schneiden und brechen Mal hier Gut Ja Gut was gibt es zu sehen? Nüsse und Rosinen Wer hätte das erwartet? So Jetzt wird es gefuttert Einfach so abbeißen hier Oh Sein Auch Sik Zit Ist es Traube Nüsse nix ich traube wo sie ihn sind ja ein paar kleine trauben oder eingeschrumpelte trauben das ist noch ein schokoladigen geschmack einwandfrei das ist wirklich gute milchschokolade die nüschen machen das halt interessant die rosinen sind weich die nüschen hart das randes kauerlebnis ja sehr schön ich habe fehlgegeben habe ich nur vergriffen leute jetzt für die engländer so i just reviewed the milcher this is now a standard flavor available all around the year and it's nuts hazelnut and grapes so grapes in the form of resins i'm very much liking the milk chocolate quality here because it tastes good so and this chocolate so the base is very good and if you chew it you have like the soft resins and the hard little nut pieces so if you chew it it's a really nice experience really junk foodie as i like to say and yeah yeah it's a very fine product okay i think this is quite common i don't know whether there are some liquor in the states but i'm certainly knowing that this all around europe craft foods the force yeah so it's not really independent chocolate anymore it's like a big corporation but it's fine so win thank you very much